Weiter geht's. Wir feiern heute ein wunderbares Jubiläum, nämlich das Jubiläum eines Liedes. 40 Jahre gibt es dieses Lied, also wir feiern 40. Geburtstag und wir feiern natürlich auch die Künstlerin. Und die haben wir eingeladen. Sie ist heute bei uns und sie kann uns erzählen, warum der Start für dieses Lied nicht wirklich ein Traumstart gewesen ist. Herzlich willkommen, hier ist Vicky Leandros. Vicky, vorbei an den Cocktails. Aufs Standsofa. Bitte nimm Platz, meine Liebe. So, jetzt erzählen wir unseren Zuschauern erstmal, um welches Lied geht's? Es geht um das Lied Theo, wir fahren nach Lodz. Vor 40 Jahren ist es entstanden, ein großartiges Jubiläum und dieses Lied ist so erfolgreich. Ich glaube, wenn wir hier draußen über die Fußgängermeile gehen, dann könnte uns das jeder singen. Wir brauchen nur anzudippen und sagen, sing mal mit und die Leute können es. Wir schauen mal, ja. Aber wir haben ja gesagt, es war nicht so gleich ein toller Start. Das war passiert. Ja, da ist einiges passiert. Auf jeden Fall, als das Lied zur Single ausgewählt wurde, haben sich die meisten Radiosender in Deutschland geweigert, dieses Lied zu spielen. Und sagten, das ist aber kein typisches Lied für Vicky, das spielen wir nicht. So fing es schon mal an. Und davor, also es war noch schlimmer, als ich das Lied hörte und ich war dann im Studio, mein Vater war der Komponist und Produzent, sagte ich, also irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich das Lied mag, ich mochte damals natürlich mehr Balladen, Apertoire hatte ich schon gesungen, L'amour est bleu, so viele andere Lieder. Nee, sag ich, ich will das nicht singen jetzt irgendwie. Und dann gab es einen kleinen Streit und ich knallte mit der Tür zu, raus war ich aus dem Studio. Aber du hast dich dann wieder eingekriegt, denn letztendlich hast du es ja gesungen. Ja, so ist es. Ich kam dann natürlich wieder ins Studio und dann sagten sie, ja, du singst doch zehn Lieder, die du gern hast, dann singst du auch immer mal zwei, drei, die du vielleicht nicht ganz so gern hast. Und erst mal, erst mal war das so. Ja, aber es hat mir eine Fernsehsendung geholfen, das war beim ZDF, die Starparade. Mit Rainer Holbe. Da hast du es, glaube ich, damals das erste Mal gesungen. Und da haben wir einen witzigen kleinen Beleg. Wir haben bewegt Bilder, meine Damen und Herren, von dieser Starparade und das schauen wir uns jetzt mal an. Vicky Leandros verabschiedet sich jetzt musikalisch von Ihnen. Vicky Leandros. Teo, wir fahren nach Lutsch. Teo, wir fahren nach Lutsch. Teo, wir fahren nach Lutsch. Ich habe diese Luft satt, will endlich wieder in die Schlacht. Teo, wir fahren nach Lutsch. Sehr schön. Das war Fernsehen, ja, ich meine, als die Bilder laufen lernten, hast du es gesehen. Das war übrigens James Last mit seinen Musikern, die haben die Vicky da mal eben durchs Studio geschoben. Sehr kreativ. Vicky, ja, danach hatte sich alles geändert, danach kam niemand mehr an diesem Song vorbei. Das Publikum hat es ja entschieden. Die sind in die Läden gegangen, glaube ich, in einem oder zwei Tagen wurden gleich mal 60.000 verkauft. Und so war das natürlich entschieden. Die Radio sind am Anfang gespielt. Ja, natürlich. Wunderbar. Wir wären keine Musikshow, wenn wir dieses Lied nicht heute auch von dir hören würden. Ja, und darum will ich dich natürlich auch bitten. Aber zunächst will ich dir sagen, dass wir ganz tolle Fans eingeladen haben. Und zwar richtig viele tolle Fans. Komm mal mit. Hier, das Publikum? Ja, sowieso. Und die haben... Komm mal mit. Ja, mach mal. Bitte. Hier, Achtung, Treppe, seid vorsichtig. Ja. Und die haben auch alle ein ganz besonderes Ziel. Darf ich vorstellen? Oh. Komm mal mit hier mit. Komm mal mit hier mit. So, ich möchte Sie und natürlich dich vor allen Dingen auch hören. Schönen guten Abend. Das ist Vicky, muss ich glaube ich nicht sagen. So, wir machen mal ein kurzes Experiment. Ja, Sie heißen? Theo. Wie heißen Sie? Theo. Wie heißen Sie? Theo. Hand hoch, wer heißt nicht Theo? Alle heißen Theo. Das sind 55 Theos, die mussten wir nicht einfach zusammensuchen, sondern diese 55 Theos, die lieben dich, die lieben deinen Song und die planen eine große Reise. Männer, wo geht's hin? Nach Lutsch. So, also das hier ist Theo Schemmelmann. Ich glaube, das ist der Obertheo hier, ja? Nein, nein, nein. Ich mach den Kasper hin und wieder. Er macht den Kasper. Also, das war doch Ihre Idee, ne? Ja, ich hab das mal geträumt, schon einige Jahre her und dann hab ich da mit einigen Theos drüber gesprochen und die haben dann gesagt, das müssen wir machen. Okay. Und so haben wir dann uns alle gefunden. Und sind dann... Habt ihr da eine Annonce aufgegeben oder wer habt ihr das gemacht? Ja, das haben wir in die Zeitung gesetzt und dann... Eine tolle Idee, muss ich sagen. Das war ein toller Traum, war das. Und dann haben Sie gesagt, wir brauchen jetzt einen Haufen Theos, weil wir müssen einen Bus vollkriegen. Ja genau, der Bus sollte voll sein. Mit dem Bus stand, ja. An dem Bus steht auch Theos Reisen dran. Nein, nein, nur ist aber genug. So, das ist Theo, der Busfahrer, ne? Das ist doch gut, aber es ist ja gut, dass ich noch nicht in Lodge war. Vielleicht kann ich ja mit Ihnen fahren, oder mit euch fahren, wenn ich darf. Am 17.06. geht's los. Am 17.06. Okay. Ja, das prüfen wir, das prüfen wir. Das prüfen wir. Genau. So, also meine liebe Vicky, ich würde dir vorschlagen, so eine Kulisse kriegst du nie wieder. Ja. Also jetzt hören wir dieses wunderschöne Lied, dem diese Männer alle folgen, ja? Und das heißt, Theo, wir fahren überraschenderweise nach Lodge. Vicky Leandros. Danke, Carmen. Danke. Theo, wir fahren nach Lodge. Theo, wir fahren nach Lodge. Theo, wir fahren nach Lodge. Wow. Wir nehmen dann die Vicky mit, auf unseren schönen Song, dann wird hier die Theo. Oh, yeah. Ah, 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 ah. Danke. So, danke. Danke, uh. Theo, wir fahren nach Lodz. Ab sofort heißt das Lied Theos. Sie fahren nach Lodz. Wunderbar. Euch hat das aber auch gefallen, oder? Wie heißt denn du? Theo. Wie alt bist denn du? Elf. Wer sitzt neben dir? Mein Cousin. Sag jetzt bitte, der heißt Paul oder Jonas oder so. Ich heiße auch Theo. Und ich glaube, Vater und Großvater heißen alle Theo, oder? Ja. Ja, also das liegt bei euch in der Familie. Fühlt ihr euch wohl mit dem Namen? Ja. Super. Was sollt ihr auch sonst sagen, ne? Okay. Danke, dass ihr da wart. Fahrt ihr da mit zu dieser tollen Reise? Nein. Dafür sind wir zu jung noch. Richtig. Das finde ich auch.